Witzige Google-Bewertungen, Allianz Arena München. Das Bier als Gästefan ist fast ungenießbar, der Weg zum Stadion völlig unüberlegt. Erst wird man von den Bauern getrennt und dann laufen die durch den Gästeblock. Also so ein Puff. Sieht von Weitem wie ein Chemieklo oder Bettpfanne aus. Passt beides thematisch zum Verein. Hier erlebt man, was die Bayern außer Fußball spielen außerdem noch nicht können. So, erstens, warum ist die EM in München? Zweitens, wieso müsst ihr für den beschissensten Sport ein Rammstein-Konzert streichen? Danke fürs Zuhören, tschüss. Keine Stimmung, überwiegend nur Tourist und Erfolgsfans. Wenn es nur 1 zu 0 steht wird gepfiffen, einfach nur traurig. Von außen sieht das Stadion aus wie eine überdimensionale Bettpfanne mit LED.